Ich bin Simon Lütti aus einem Kappel. Hier habe ich Fredi Heinzer aus Ilgau dabei. Er ist schon über viele Jahre am Bass. Am Örgeli und am Akkordeon habe ich Vreni Hollenstein-Ulrich. Als erstes machen wir einen Schottisch von mir, den ich an einer Bergbeiz, dem Steiner Berg im Kanton Schweiz gewidmet habe, wo Vreni aber vorspielt. Er ist schon über die Welt der Skarte. In dem Steiner Berg im Kanton Schweiz der Land der Steine Berg. Er ist schon über die Welt der Welt. Musik 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 Das Traditionelle an der Volksmusik ist für mich, und ich spreche jetzt im Namen von uns allen, dass man das macht, was man hier drin hat, was einem selber Freude macht, ohne dass man vielleicht auch immer noch die grosse Masse sucht, sondern in erster Linie einfach das wirklich spielt, worum man Freude hat. Typisch Volksmusik ist es für mich auch, dass es eben auch geheimen Talente hat, die nicht so verrückt viel in der Öffentlichkeit spielen. Darum habe ich die Gelegenheit jetzt hier genutzt und speziell jetzt hier die Vreni dazu beizogen. Als zweites hat Vreni hier ein Stück gebracht, und zwar ist das ein Bolka, eine Eigenkomposition von ihr. Musik 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 Hoi miteinander, da ist doch typisch Volksmusik. Schön und vielseitig. Hätt's euch auch ansehen gut gefallen wie mir. Dann noch einen Like da unten und kommentiere und vor allem abonniere den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf PlaySRF. Viel Vergnügen!